Manchmal wollen wir, dass sie möglichst nie vergeht. Manchmal träumen wir davon, sie möge doch bitte anhalten. Und manchmal wünschten wir sie doch nur ein Stück zurückdrehen zu können. Dabei existiert alles nur in diesem einen Augenblick. Nichts ist so vergänglich wie Zeit. Uhren von Justin Baserini Messbar. Taktvoll. Präzise.